Yo Leute und damit Willkommen wieder zu der Spark Challenge und mit Fleeein Nein Mit Günther Hey Günther hier ist Spongebob Du bist so behindert, ehrlich Beim letzten Mal habe ich mich hier ausgeloggt beim Erzterfrau Hallo Spongebob Achja Hey Patrick Ich bin ja am überlegen die andere Scheiße wieder zu machen was ich gemacht hatte in meinem Ticket Display Was ich mein Headset auch angeschlossen hatte Also mein Mikro Mit in den Tonspun drin, dass ich dann die Hamsterstimme mit einschalte wieder Ach du Scheiße Das war's Langeweile Ich fand's lustig Das ist dann der kühlste Hamster wieder Der kühlste Hamster ist wieder unterwegs dann Achja Das hat aber Spaß gemacht Attack it ist aber so eine Sache, dass es nicht so das passende Pack finde ich Hm? Attack it Attack it light Ja Weil du keine Ahnung davon irgendwie so wirklich alles nimmst Hä? Äh? Attack it light Das ist... Äh... Naja Naja Zum Beispiel dieser Food-Moddy mit drin ist Was wirklich geil ist Wo du alles mögliche mitmachen kannst Lava Wurde ich jetzt wieder weiter gelaufen Wir hätten ruhig weiter labern müssen Nene Ich seh das ja trotzdem Ah Mist Das hab ich doch mehrmals schon gehabt jetzt mit der Lava immer Gut, dass ich auf Höhe 11 grabe Oh ne Hühle Komm ey Ne Hühle Schon Level 26 Das schaff ich doch diese Folge Und ich hab kein Schwert mehr Ne Hühle Ey, ihr habt so viele Pfeile Willst du vielleicht abhaben? Und da ist ein Zombie Troll Ja, du Troll Und Creeper Was? Willst du auch paar Creeper Und Bombi Ein paar Pfeile haben Nein, will ich nicht Das Lied gefällt mir nicht Ich glaub ich kann auch zurückzureden Autsch Oh Der in die Rüstung an Autsch Kann man auch seine Rüstung kriegen? Na, schlecht Leider ist der Moth und Matten nicht drauf Nein, du bist voll wöhnt, ey Der Moth ist aber geil Hier sind Diamanten Du bist verwöhnt Weißt am besten noch Hier die Jumeter Fabrik, ne? Der Errungenschaft erhalten Diamanten Ui Meine sind glaub ich noch gespeichert Ja Ja, ich glaub weil ich das letztes mal neu aufgezogen hatte Nein, 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 nein Was sind das hier? Benötigt der Anfang? Glaub ich aber nur Was ist das denn hier? Wizard? Drachenei? Hä? Guck Guck mal Ist das irgendwie neu? Was? Geh mal auf die Folge Unten Rechts Nö Kann hier grad So drei Fragezeichen Guck mal Das ist irgendwie Beacon oder so Keine Ahnung Bei der Folge? Ja Der Folge Unten rechts Da rechts Du kannst ja unten Wenn du weiter runter gehst Und dann kommt ja irgendwann das Ende, ne? Geht das bei dir noch weiter? Das Ende Nö Da ist ein Bei mir ist noch ein Whizzer Kopf Da drüber ist du so Ja doch doch In der Auge Ja, Whizzer ist das Aber da ist vieles noch drin Ja Hm Warum er Diamanten jetzt erst hat? Komisch Komisch Ja, weil du keinen Fall gefunden hast Weil du gecheatet hast eigentlich Nein, hab ich nicht Sieht man in meinen Aufnahmen Wir haben dich erwischt Sieht man in meinen Aufnahmen, dass ich welche gefunden hab Ja, du hast jetzt ja ich gefunden Und vorher hast du ja nur gecheatet Ja Ja Kannst du dir die Aufnahmen nochmal angucken Naja, hab ich kein Bock Kennst du mich doch Ja Aber mich dann, ne? Du alter Penis Okay, das ist vielleicht Da könntet ihr nicht mal ein bisschen schneller spawnen So, geht doch Ein bisschen davon abbauen Davon Noch ein Vorzauß lassen vielleicht Noch mehr Skelette Ja Aua Skelette Genau so wie bei mir hier Natürlich einer mit Rüstung Komm her Kommt der Bringt doch eh nix die Rüstung Von den Skeletten Nö Ich weiß Schade eigentlich, dass man die auch nicht kriegt Ja Doch manchmal ja Nö Aber nur ganz selten eigentlich 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 Ach du hast ja noch ein Skelett Hi Komm Stepp Stepp Ist da hoffen das hier Ja Machen wir mal so Und die Pfeile habe ich jetzt So Und Sollte mal was essen So Sonst regenerieren sich meine Herzen ja nicht Weg Oh Junge Rude Kannst du auch schön die Pfeile haben Weißer man mit den Knochen machen kann Ab in die Bugs wird schauen Ja Hat schon was 42 Knochen hab ich 64 Und 35 Und 64 Pfeile Und plus ne 31 drauf Ja Ja Und Fast drei Komplette Bögen neue Und gleich macht das Zischbomb Nein Bei mir meine ich Was nenne mich Hey Enderman Willst du sterben Enderman? Hi Kann nicht mehr viel sein hier Komm Verreck 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 Ja Und ne Enderpearl Das sind noch einer Hi Natürlich doch Lalalalalalalalala Aber er hat mich noch nicht gesehen Hi Hey Ich guck den an aber irgendwie passiert da nichts Ich bleib jetzt mal so neun Minuten hier stehen vielleicht noch Und noch ne Enderpearl Zendr was machst du grad so schönes? Ich, Enderman okay Ok Na ich warte jetzt dass du so paar Skelette da unten mehr gespawnt sind was die zuschauer freund das bestimmt ja glaube ich auch nicht doch 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 die freuen sich immer wenn wenn die das nicht sehen aber in der scene findest du sie nix tue ihr seid so blöd jetzt zum ist ehrlich bringt er es runter wie du bist blöd hey das wüsste ich aber auch ich wusste schon dass du blöd bist noch einer ja wieso nicht wieso kommen nicht die ganze kommen die jetzt allein stirbt du doch ein kleines bond einfach kriechen rappel hier weil ich die alle kill jetzt muss pipi ich habe eine folge geschrieben ich muss pipi ja ich weiß gar nicht welche das war sie hier noch bei kann ich nicht noch ein bisschen mehr sein ich brauche noch ein bisschen die denn da folge folge 81 vom bekloppten projekt ich muss pipi was denn da muss ich wirklich pipi ja und ja und mir ist eingefallen also habe ich den level 29 habe genug pfeile normalerweise müsste ich ein level mehr haben und dann einfach eins auf stufe eins zu zaubern und dann nehmen das andere auf stufe 30 ja macht das doch wo ist bei mir hell ist bei dir ja ich muss hier auch so einer namen jetzt kommt wenigstens schneller hier raus weil ich irgendwie mit treppen gesetzt und mir das fällt raus na gut ich verzauber trotzdem einfach mal so die dd da sagen was haben wir haltbarkeit drei stärke 5 aber trotzdem eigentlich ist das doch recht besser das problem ist ich habe jetzt meine uhr ist wieder gerade ausgegangen wie immer vielleicht wie viele minuten noch 5 minuten 15 sekunden da haben wir in fünf minuten noch ja jetzt okay danke so die letzten skelette hier gehen sterben noch ein bisschen erfahrung ab in die hölle ich habe sechs also die hälfte ich habe wieder rein tun ich habe vier glaube ich kohle das sein aber ich habe immer die endermänner mit tränken zerklatscht ja oder mit wenigstens versucht dass ich ein looting schwert kriegt und ich habe sieben lohnrouten naja wie noch mehr so dass wir das mit den zombies schon dass sie wieder recht vor himmel fallen so der hatte steckt und schlagt deine zombie freunde kommen kommen wir noch jetzt haben wir freuen das hatte ich ja nicht und ich habe hier keine level mehr ja 20 feile auch schlecht okay 108 feile da habe ich mal einfach mal glück gezogen ja wundern wenn du da die monster farme in der nähe hat leute noch ein kacke hat der knochenscheibe nachher denn irgendwie noch mehr eisen bitte bittetetetetetetetetetetetow nö leute ja meine alarmanlage geht an hier eine heide rüstung kümmern das war ja ja das war extra ja ja nicht nur der extra das gab es auch noch ein anderer konntest du bei dir in der handwerkbank extra so verzauern extra wieder heil machen freundlich kopf und schuhe zack 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 knochen mehr krimine hose noch ja 1 2 3 heute kann es das kann ich das kann ich das kann man warte ich noch mal ein bisschen der kann ich schaue das reicht nicht doch das war die erschwert jetzt habe ich ja alles heil leider kannst du die klamotten hier nicht einschmelzen wieder bis verwöhnt weißt du das eigentlich auch so so wie ging jetzt ein stärker trank also nicht 13 13 ist ein lunch einmal lohnen staub habe ich doch bestimmt lohnen staub bio habe ich noch lohnen staub so dass man durch 1 2 3 4 5 was brauchen wir noch dafür lohnen staub warte mal du brauchst willst du nun ein willst du denn ein stärker tragen mit drei herzen und eine minute 30 oder eineinhalb herz mit acht minuten was ist besser mit der längeren läuft dann musst du einmal lohnen staub reinpacken und 9 ist redstone mal lohn staub und redstone ja ja mit redstone das weiß ich ja dass das verlängert und close und versteckt das doch war das nicht so genau close und verstärkt immer sonst jetzt machen wir noch ein trichter oben drauf ich mache nur ein trichter oben drauf dass ich einfach oben die dinge rein lege und dann wenn ich jetzt zum beispiel irgendwie was für den trank machen will oder sowas dann mache ich das ja man konnte könnte nur eins zum bein nehmen entweder oder kloschauen das ja ich muss noch eine pen gehen ich muss auch das dach ist gleich zu ende wie viel lunch da muss da rein ein warum weil da gar nichts rauskam du musst vielleicht vorher eine netawatz reinpacken du furzkopf das hast du mir nicht gesagt ja die folge ist ende bis zum nächsten mal